Herstellen des Übergangs von Einzelrohr auf Doppelrohr Der Vorschweißbund bzw. der Bereich des Einzelrohrs und der Übergang vom Einzelrohr auf das Doppelrohr werden in einer Heizelementstumpfschweißmaschine eingespannt. In der Folge werden die eingespannten Formteile maschinell gegen das Heizelement gedrückt, erwärmt und unter einem definierten Fügedruck miteinander verschmolzen. Im eingespannten Zustand werden diese dann bei Umgebungslufttemperatur abgekühlt. Nun wird die Heizwendelschweißmuffe über beide Außenrohrenden verschoben und miteinander verschweißt.